Guten Morgen, liebe Kinder, wie geht es euch? Mir geht es gut. Singen wir zusammen? Der Tag fängt mit Freude und mit Liebe an. Der Tag gibt uns allen viel Spaß. Die Sonne kommt heraus, die Vögel fliegen aus. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wisst ihr, Kinder, welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Heute ist der Mittwoch. Montag, Dienstag, Mittwoch, drei, Donnerstag und Freitag, Donnerstag und Freitag, Samstag und Sonntag, Samstag und Sonntag. Noch einmal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, Kinder, und jetzt werden wir eine Aktivität zusammen machen. Die ist, da habe ich viele Gemüsesorten. Das ist, da haben wir eine Aktivität, die wir haben. Ich bin, dikkebar. Das ist, da haben wir eine Aktivität.